Willkommen zurück zum letzten Part von Gotthand Nein! 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 Er hatte einer B! Scheiße! Oh! Oh! Mein Gott! Oh man! Das ist doch scheiße ey! Oh man! Ich brauch ganz kurz Pause, ich mach gleich wieder weiter Oh fuck man! Ah! Ah! B! C! D! E! Oh nein! Ich bin verlaufen! Oh Gott! Das gibt's doch nicht, man! Nein, man, man! Nein! Oh! Das scheiß Ding kaputt! Oh man! Oh man! Ach scheiß auf, wir ziehen jetzt durch! Egal wie lange das jetzt dauert! Nein! Oh man! Oh man! Oh man! Oh man! Oh man! Oh man! Oh nee! Komm immer so schnell schießen! Oh fuck man! Come on! Ich fühl dich besiegen! Oh nein! Oh Gott! Ich fühl dich tut euch jetzt mal immer! Oh man! Okay! Ich kotze! Ich kotze! Ich kotze! Ich kotze! Ich kotze! Ich kotze! Ich kotze überall hin! Auf dem Boden und in die Wand und... Nein! Aua, Alter, was wollte das denn? Maaan! Was war das für ein Scheißherd? Ach ja, ich dreh mich rum. Dreh mich irgendwie rum. Ich brauch ganz kurz Pause, damit ich mich erdacht. Oh, Maaan! Ich guck mal kurz nach einem Tutorial, ey, wie das gehen soll hier. Moment. Nein, oh Maaan! Ich hatte schon die Chance wieder, oh. Eih, er hat einfach weg. Ich will nicht mehr. Nein, nein, er hatte wieder 1 AP! Das geht's doch nicht, er hatte nur 1 AP wieder. Ach, come on, jetzt aber. Komm schon! Ich kann da nicht ausweichen mehr, das ist doch kacke, Mann! Oh, oder ich sterbe. Oder ich sterbe einfach! Mein Gott! Oh, Maaan! Ich hoffe, ich bin jetzt schon gestorben neben dem Boss hier. Alter, das geht's doch nicht! Nein! Oh, Maaan! Das geht's doch nicht! Das geht das nicht! Nein, nein! Nein! Ich muss die Karte einsetzen müssen! Es geht's doch nicht, ich will nicht einfach nur tot drehen! Alter... Alter... Schön nicht mehr... Toll, ich fand mein Tod noch hin. Halt die Fresse... Alter, was war das denn jetzt? Was war das denn? Oh, Mann, ey... Scheiß, Mistvieh! Was war das denn? 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 So, war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Der sogenannte Errn... Genente ... Oh, Mann ... Was war das denn? Musik 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 JSON Musik 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 Stierb 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 jetzt Stierb Ja Alter Gott Gott Dead Oh mein Gott Es ist vorbei Olivia Olivia Jean Thank God you're okay Angra He's taken a really, really long nap Azzel Angra was inside of him Then he was manipulated as well Everyone has shadows inside their souls I Guess he let Angra set up shop In the darkness of his shadows That means There might be another Azzel someday It's possible Now We have two of these god hands to defend Huh? Come on Olivia You were worried about me Maybe I should have taken care of you too Ow! What are you doing? Huh? Nothing happened Why would something happen to me? I think you should give those arms back Ugh! Get back here tough guy Oh yeah Oh yeah The credits one Got a demon What am I? It's time for me to choose my path Oh man Awww The game It's so It's so It's so hard to read I think my pimp hands strong It's so hard to read And it's so hard to read 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 My arm My arm My arm My arm My arm My arm The summon of the powers of the god hand Dance weit Oh yeah But don't worry babe I'll be cool The ultimate Power of a God is now my secret My defenses are incredible Had two Wiener Wiener oder beides ey. Aber ey. Ich kann mich wohl. Ich bin mit dem Finger hier. Ich bin ein Buch ey. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal, euer Wildplay